Ne, 100k ohne Videos. Das berühmte Thema, Leute, die sich einfach einen Account erstellen, also einen YouTube-Kanal, keine Videos machen, überall kommentieren und dadurch wollen die halt 100.000 Abonnenten erreichen. Jo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Endergames hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ich dachte, heute geht mal ein bisschen Endergames wieder. Ich höre mich gerade wahrscheinlich so richtig behindert an, nicht so wie sonst und wir haben einfach gar nichts gekriegt. Und ja, das liegt einfach daran, dass wir Wochenende haben und dass ich halt gerade erst aufgestanden bin und dass ich gestern kein Video gebracht habe. Das war einfach so, ich wollte halt mal ein Real-Life-Video bringen, doch die Aufnahmen von dem Video, also ich wollte es halt schneiden und dann die Aufnahmen waren halt nicht mehr da. Keine Ahnung, waren halt einfach nicht mehr da, weiß ich nicht. Und dann konnte ich das letztendlich dann doch nicht schneiden für Eisen, supi. Ähm, deswegen daran liegt das ganz einfach. Sonst wäre gestern ein schöner, äh, schönes Real-Life-Video gekommen, keine Ahnung, äh, wäre glaube ich auch mal ganz nice gewesen. Ähm, mit dem Karpio habe ich da ein bisschen was gemacht und, äh, da vorne ist noch eine Kiste. Äh, ui, vier Diamanten, supi. Dann können wir uns schon mal einen Helm machen, ein Hanisch und ein Diaschwert. Okay, dann nehmen wir ganz kurz hier das Holz mit. Ich hoffe, äh, die Gegner kommen jetzt mal nicht hierher. Äh, so. So. Ja, komm, ein Schwert schaffen wir noch. Ohne zu sterben. Und jetzt noch den Hanisch, wenn wir das auch noch schaffen, das wäre supi. So, okay. Dann nehmen wir die Workbench mal ganz schnell wieder mit, dann nach vorne kommt ein Gegner. Und du bist tot. Dankeschön. Okay, der hatte noch kein Schwert, das heißt, ähm, ja, wir konnten ihn ganz easy töten, also von daher supi. Davon ist noch ein Gegner, wir hopsen mal weg ganz schnell. Ähm, da ich ganz gerne kurz erstmal was essen möchte. Und dann schaue ich mal, der hat nämlich nicht so schlechtes Equip, aber der auch nicht. Osa. So, den haben wir. Okay. Nice, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade wie so richtig behinderte Framedrops oder so. Weiß ich nicht. Ähm, ja, Leute, ich hatte heute mal Lust, ein klitzekleines Themachen anzusprechen. Und zwar, ähm, wollte ich darüber reden, ähm, dass wir uns mal schnell in der Eisenhose machen. Ne, ähm, 100k ohne Videos, äh, das berühmte Thema, Leute, die sich einfach einen Account erstellen, also einen YouTube-Kanal, keine Videos machen, überall kommentieren. Und dadurch wollen die halt 100.000 Abonnenten erreichen. Finde ich total behindert, diese ganze Sache. Da einfach, wie soll man sagen, ja, ähm, diese ganze Sache ist einfach so, dass du überall kommentierst. Dann, ähm, wollen die Leute das vielleicht, dass du das auch erreichst oder so, keine Ahnung. Und wir haben einfach ein halbes Herz. GG. Wir haben einfach richtig viel uns gezogen und, ähm, nein, wir können nicht weg, wir müssen weglaufen. Und, er hat es getroffen. Oh nein, oh nein. Es sieht gar nicht gut aus, es sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Alter Falter. Oh. Und, äh, diese 100k, die sie dann haben, dann haben sie halt 100k, aber was bringt es ihnen? Das ist einfach, finde ich, eine unnötige Sache, ähm, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ähm. Und, wir haben hier noch ein bisschen Nerven, ein bisschen Nerven, okay. Ähm, und sonst, die nächste Sache, ähm, ich will jetzt nicht genauen Namen, also, naja, gut, ich nenne ein paar Namen. Am besten einfach mal. Ähm, und zwar, ist es, also, was ich ansprechen möchte, ist, wer, wenn man ungekennt, ja, wie soll man sagen, keine Ahnung, dann hat man halt, also, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Peterle. Peterle ist ein, ich glaube, alter Schulfreund von Unge, also von Simon halt und, äh, hat jetzt einen YouTube-Kanal aufgemacht und hat, äh, ich glaube, drei Monaten oder so, hat er 200.000 Abonnenten fast gemacht, das einfach super, super hart ist. Also, keine Ahnung, ist richtig krass und wenn ich mir dann halt, ähm, keine Ahnung, andere Leute anschaue, dann, also, zum Beispiel Dom, er macht jetzt seit, ich, zweieinhalb Jahren, glaube ich, YouTube und er hat jetzt halt, ich glaube, fast 50.000, Abonnenten, ähm, und dagegen finde ich, das ist einfach nur unfair, also, das ist einfach so, keine Ahnung, also, das ist so unfair, einfach nur unfair, weiß ich nicht. Also, zum Beispiel, Dom hat jetzt 1600 Videos, glaube ich, oder, ich weiß nicht, wie viele genau, aber ich habe auch nicht nachgeschaut oder so, und der Typ, dem müssen wir töten. Hey, wir können ihn nicht schlagen, wir können ihn nicht schlagen. Alter Falter, weg hier. Ganz schön weg. Wir konnten ihn einfach nicht schlagen, what the fuck? Sein Internet ist ein bisschen behindert, glaube ich. Ja, ja, sein Internet ist ein bisschen behindert. Okay. Du bist so ein fucking Spam-Marino. Okay, den kriegen wir noch. Der hat halt aber auch noch Diyahannisch, das ist richtig krass. Ah, wir haben auch Pfeile. Das ist auch krass. Pfeile sind auch krass. Und wir sind Känguru. Wir können schneller hinter... Her. Ähm. Ja. Da. Wir haben keine Pfeile mehr. Ah, er ist ein Delfin. Wenn wir dich kriegen, Junge. Ja. Supi. Endlich haben wir ihn gekillt, ey. Ähm. Ich wollte ganz gerne den Diamant-Harnisch. Okay, dankeschön. So. Ähm. Und zwar. Das ist einfach so, weil man, keine Ahnung, einen Unge kennt. Dann hat man einfach auch... What the fuck? Komm mal her, Junge. Ähm. Dann hat man einfach die... Ja. Dann... Keine Ahnung, wie soll man sagen? Dann... Ich weiß nicht, Leute. Das ist einfach so, wenn man ihn kennt, dann hat man halt gewonnen, so. Und, äh, der Typ... Will Team oder so, keine Ahnung. Naja, gut, äh, die Pfeile hätte ich zwar ganz gerne gehabt, aber... Äh, doll. Okay. Ähm, aber... Ähm... Ähm... Ich will ja nicht teamen in der Aufnahme und, äh, dann auch noch, ähm... Ja. In der Aufnahme halt und, äh... Ja, wenn es zwei gegen ein ist, das wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen unfair und, keine Ahnung, es soll schon unfair sein. Und, sorry, das ist einfach meine Stimme so im Arsch, einfach weil wir Wochenende haben und... Jetzt habe ich Pfeile. Ähm. So. Und wir haben sogar Level. Und den Typen können wir ganz easy snacken. Von hinten. Und da haben wir ihn. Okay, der andere kann auch jetzt kommen. Aber komm, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Oh mein Gott, Leute. Alter, wie knapp war das denn? Oh mein Gott. Alter Falter. Gut, Leute, ich hoffe, die Endergames-Runde hat euch einfach mal gefallen und das Thema und so. Ich habe nicht so viel geredet, aber ich glaube, äh, das sollte jetzt einfach mal, das ist einfach nur so ein... Äh, ja, das Video muss halt online kommen und, äh, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und, äh, tschüssi! Äh, tschüssi! Äh, tschüssi! Äh, tschüssi! Bis zum nächsten Mal.